einen wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa 17 ultimate team in praxis haben jetzt leider zwei spiele in folge und wirklich verloren meiner meinung nach hoffen wir mal das besser weitergeht ich wäre wenigstens den titel wenigstens die klasse halten aber gut da mache ich mir zumindest noch keine sorgen drüber dass ich ja absteigen könnte wenn ich ehrlich bin so richtig geil finde ich es eigentlich mit schwarzen hosen und schwarzen ärmeln aber ok ja wir kriegen nur noch krasse gegner da haben wir sogar ein team of the group stage war neben einem team of the year ramos stehen das ist krass und dann noch auf dem andere gute spieler und infos et cetera so konzentrieren nicht rumheulen nicht rum jammern wenn man pech hat einfach mal mehr als zwei tore schießen und dann gewinnen schöner stellungsfehler von vitalen mein augen oder nach unten habe ich gar nicht gesehen ehrlich gesagt scheiß trikot wahl verstehe nicht warum wenn jeder da so frei durch rein darf vielen dank auf jeden fall an denjenigen der in decken sollen drei großen echt scheiße mit den schwarzen hosen gefällt mir nicht ok es ist ein spieler so ein spiel war nicht gewinnen soll weil super easy pass der verkackt wird der will einfach ruhig um mich zu konzentrieren um eben Alter, warum bleibe ich denn jedes Mal an so einem Spieler hängen? Oh, der Plan war auch ihn zu locken, also ich wollte, dass er ihn lupft, deswegen habe ich den Torhüter schon so weit rausgeholt, aber dass er dann so gefährlich wird, hätte ich nicht gedacht, die meisten verkacken dann meistens so einen Lupfer, gerade wenn er so schräg ist. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dass Müller so komisch den Ball dann nochmal bekommt, hätte ich ihn natürlich zurückgelegt auf Aubameyang, aber es ist noch nichts zu sehen, da hatte ich da noch schon ein Schießen drin gehabt. Sollte der Ball natürlich nicht hingehen. Das ist super anstrengend mit diesen Trikots, das war echt eine richtig dumme Idee von mir. Es geht einfach nicht mehr, es hat wieder nicht geklappt, ich kann, ich verstehe das nicht, warum denn nicht, warum geht denn das nicht mehr? Ich weiß nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Sollte der Ball natürlich auch nicht mehr. Sollte der Ball nicht mehr. Natürlich lag das nicht den Ball wieder. Ich werde auch die Formation wechseln. Den muss er eigentlich machen, schade. Die Formation wechseln. Oh, nicht auf ihn. Die Formation wechseln. Ich denke, wir werden mal 4-3-2-1 probieren. Vielleicht klappt das besser. Wir hatten zwar eine gute Chance mit Aubameyang, aber es reicht eigentlich nicht aus. Der Gegner hat auch nicht krass viele Chancen gehabt. Er spielt sich halt ein verfluchtes Tor über rechts raus. Aber ich konnte auch nichts machen gegen das Tor. Da war einfach derjenige, der den Ben Yedder decken soll. Da war er einfach nicht da. Zumal er, glaube ich, auch nicht groß ist. Das ist so ein Tor, hast recht nicht Klappendorf. Langsam der Pass. Falscher Spieler. Ja, wir waren zuletzt dran. Ja, wir waren zuletzt dran. Ich komme jetzt einfach mal über eine Ecke. Da haben wir auch lange keins mehr gehabt. Ach, wie ich diese Scheißpässe hasse, ey. So sinnlos. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, woran sie liegen. Ich weiß es nicht. Er schießt ihn auch nicht. Er passt auch nicht aus der Drehung. Es ist einfach ein... Es ist einfach ein schräger Pass. Und er bestiert ja auch jemanden ganz anderes an. Es ergibt einfach keinen verfluchten Sinn, ey. Aber ich bin ja wieder viel zu emotional. Aber egal, es ist nur Liga. Ist halt so. Oh, der kriegt auch noch den Ball, ey. Es war niemals ein Foul. Er macht seine Schussdeutung durch mich durch, klar. Komm schon, es ist nur ein Tor. Oh, der kriegt auch noch den Ball. Komm schon, es ist nur ein Tor. Ja, das war der Plan. Komm schon, es ist nur ein Tor. 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 Okay. Komm schon, nur ein Tor. Ja, da ist es. Na also, 1-1, BAM. Sehr schön. Geiler Pass, Aubameyang. Dann aber auch schöner Abschluss in Belarus. Immerhin noch das Unentschieden geholt, ey. Besser als nichts. Das will er wohl unentschieden haben, oder? Aaaaaah. Aaaaaah. Pato, hat er den eingewechselt? Wenigstens noch das Unentschieden. Das gibt mir wieder ein bisschen Moral, ey. Bellarabi, Vorlag. Aber wieder mal, Bellarabi macht das Tor. Wer weiß nicht, ob es Tevez gemacht hätte, aber sich überhaupt so verhalten hätte. Immerhin das Unentschieden. Keine gute Saison, richtig schlechter Anfang. Ich mir überlege, dass ich beim letzten Mal die ersten vier Spiele in Folge gewonnen habe. Jetzt nur eins gewonnen und zwei verloren. Dann ist es schon krass. Ich überlege, ob ich jetzt die Saison noch zu Ende spiele mit Ballotelli oder den schon vorher wechsel. Aber ich glaube, ich spiele die noch zu Ende. Ich kann ja mal gucken, ob es irgendwie preiswerte Info-Placassets gibt für 270.000. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es billigste Mal 200.000 oder so. Okay, da möchte ich nicht gegen mich spielen. Oh, das ärgert mich so sehr, dass ich mit Ballotelli, äh, mit Lacassette so in die Scheiße gegriffen habe und halt so dumm war und mich verspekuliert habe. Aber naja, aus Fehlern lernt man. Keine Panikverkäufe mehr und ich habe einfach komplett unterschätzt, wie viel Second Info-Placassette kosten wird. Moment, ist das nicht das Elite-Trikot oder so? Ach, egal. Oh, Bronzespaß, die. Als wenn ich es geahnt hätte. Dann schenkt mir wenigstens den Sieg. Ich kann es gebrauchen. Aber da macht es eh nichts. Ich kann es gebrauchen. Elfmeter. Komm, 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 komm. Schön lange jubeln. So, dass es den Gegner vielleicht noch ein bisschen ärgert. Und 1-0 gewonnen. Wir haben das Spiel gewonnen. Sehr geil. Mit einem regulär geschossenen Tor zumindest. Es hilft uns wenigstens, den Klassenerhalt zu halten. Können wir überhaupt noch theoretischerweise den Titel holen, wenn wir jetzt alles gewinnen würden? Wir haben noch, wie viele Spiele? Fünf. Wir können jetzt, nee, wir könnten es gar nicht mehr. Nee, können wir nicht. Weil sieben Siege reichen nicht aus. Alles klar. Auch nicht sieben Siege und einen Unentschieden. Wir bräuchten jetzt schon zwei Unentschieden. Das hauen wir nicht. Das heißt, wir brauchen nur noch so viele Spiele machen oder Punkte holen, bis wir halt die Saison beendet haben über den Klassenerhalt. Oh, mal nicht mehr ein ganz so krasses Team mit Dybala, Di Maria, 79er ZM oder ZOM als ZM. Ein Rechtsverteidiger, Walker als Innenverteidiger. Das spricht von viel Sachverstand. Hauptsache den teuren Smalling als Innenverteidiger. Ach du Gott. So, jetzt ganz ruhig bleiben in dem Spiel. Nicht aufregen, gut spielen. Ich mach mal ein bisschen Glück. Schade. Was war das denn? Also ich glaube nicht, dass es so ein Abbruch-Cheater war. Das wäre ungewöhnlich. Aber es nervt natürlich. Zweite Spiel jetzt schon. Diesmal leider nicht geworden. Okay. Das ist auf Garantie auch wieder ein Abbrecher. Weil der einfach direkt gedrückt hat. Egal was man Trikotisch genommen hat. Da hatte ich drüber nachgedacht. Deswegen ärgere ich ihn gerade ein bisschen. Also es ist, ich sag mal, zu 99% ein Abbruch-Cheater gewesen. Moment mal, war das jetzt gerade ein 2017er? Ich hab's nicht genau gesehen. Ja, das sind schon wieder Kack-Trikots. Es ist auf jeden Fall ein Abbrecher. Oh, man wird aber auch so paranoid dadurch. Es ist zum Kotzen. Aber ich glaube, das war ein 2017er. Und wie gesagt, bei einem 2017er ist es so wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, 2017 ist noch nicht so lang. Also für euch ist es schon länger. Für mich ist es noch nicht so lang. Und da halt schon in Liga 1 zu spielen, ist halt zu unrealistisch. Rangische Latenz habe ich auch keinen Bock. Bekomme ich mal noch einen anständigen Gegner? Oder wie sieht sie aus? So, es war zumindest ein 2016er. Ja, sorry. Er hat ein perfektes Trikot für meins. Und da will ich es nicht nehmen. Und ich habe nur schwarz. Und ich habe halt dann wieder die dunklen Hosen bei Gegnern. Das ging mir schon beim letzten Spiel auf den Tag. Oh, was ist denn jetzt gerade wieder los? Ich will einfach nur noch eins zocken. Hier, da mache ich erstmal eine Pause. Diese Saison werde ich natürlich noch zu Ende führen. Aber dann werden wir uns wahrscheinlich erst zur Weekend League wieder sehen. Okay, ich glaube, das geht. Squad Building Challenge Müller. Den sehen wir zum ersten Mal. Reus und auch wieder Dembele. Was haben sie denn alle mit ihrem Dembele da als rechten Stürmern plötzlich? So krass ist er nur echt nicht. Da würde ich ja eher noch M-Bolo nehmen. Vor allem in Form. Ich muss einfach konzentrieren, nicht durchdrehen, wenn der Gegner ein Tor schießt. Vor allem, dass er mir der eigene Schuld ist oder so. Sehr gut von Dembele. Ja, wir haben ja die krassere Dembele vom Sicherheits-Team. Das bilden wir gerade ein. Ach du Scheiße. Das sollte ein flacher Schuss ins lange Eck werden. Aber ich habe es anscheinend so schnell auf Doppelschießen gedrückt, dass er meine zweite Eingabe nicht angenommen hat und deswegen war es dann zu straff aufgezogen und er macht halt das Ding dann ins Normale rein. Fuck, mein. Hätte ich nur noch mal geschossen. Das sollte mit Sicherheit eine Schusstäuschung werden, aber geil, dass er so einen Lack hat und dann auch so ein Ding raushaut. Aber wie gesagt, das sollte mit Sicherheit eine Schusstäuschung werden. Also andere wäre merkwürdig. Oh, hätte ich mal die Schank mit Opa Miyagi versaut. Verdammt. Oh, das hat man natürlich schön verkackt. Oh, das hat man natürlich schön verkackt. Oh, das hat man natürlich schön verkackt. Oh, toll gemacht, der Mble. Toll gemacht. Das war auch geil, protected der Ball. Mit Reus, geil. Das war auch geil. Leck denn das jetzt. Fuck. Milano Pass. Aber wenigstens kommen wir diesmal zum Abschluss. Soll es das diesen Schnitt in der Abbie. Soll es auf die Abbie. Soll es auf die Abbie. Langsam hätten wir Ach, der Ball war noch drin, fuck Hätten wir mal das 1-0 machen können Schöner Pass wieder, ist schön Ja, es ist ein bisschen gemeint, muss ich es zugeben Aber ich weiß nicht warum Ich wollte gerade mal böse jubeln dafür Dass der Gegner so einen großen Fehler gemacht hat Und Aubameyang den ausnutzt mit dem schwachen Linken Sorry, tut mir leid Hat eigentlich verdient der Gegner Weil er hat ja eigentlich anständig gespielt bisher Ich weiß nicht warum ich das gerade gemacht habe Das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden Dass es ja eigentlich kein Gegner war, der das verdient hatte Sorry, tut mir leid Also das mache ich am Normalfall nicht Und werde es auch in Zukunft nicht mehr machen Es sei denn, der Gegner hat es verdient, weil er selber so einen scheiß Arroganzscheiß abzieht Oh nein Ja, viel zu spät Schade Ja, viel zu spät Sehr schön Nicht so schön So, jetzt mal durchziehen und hier noch das 2-0 machen Also ganz unverdient ist die Führung auf jeden Fall nicht Auch wenn es Merkel nicht zustande gekommen ist Wie gesagt, der erste Schuss mit Aubameyang, der muss eigentlich schon ein Tor sein Das hätte ich nicht gedacht, dass er den noch bekommt Das war diesmal ein Fehler, den Tor wieder rauszuholen, definitiv Aber wie gesagt, das Reus den Ball da bekommt, der hätte ich auch gar nicht gedacht Aber wie gesagt, dass er das Problem ist, dass er die Führung ist, dass er die Führung ist Aber die Führung ist, dass er kein Problem ist dass der Führung ist, dass er sorait ist, dass er die Führung ist Turn it. Oh, fuck. Genau. Ich glaube, Reus und den Biele können wir mal auswechseln. Ich glaube, Reus und den Biele können. 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 Er war halt noch nicht umgedreht, weil er die Ballkontrolle nicht hinbekommen hat. Ich glaube, Reus und den Biele können. Danke für diese dumme Ballanlage schon wieder. Ich glaube, es wäre wieder ein schönes Lackertor gewesen. Komm schon, wir müssen noch mal auf das Tor machen, das wäre so verdient. Und... Jetzt macht es aber auch Pisscheck. ... 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